herzlich willkommen mein lieben freund zum neuen video auf meinem kanal heute zum neuen trading video wenn es euch natürlich gefällt freunde sehr gerne daumen hoch geben wenn ihr neu hier seid gerne abo da lassen freunde wenn ihr euch auch mal so ein gutes team gönnen wollt dann bleibt auf jeden fall dran ich zeige euch auf jeden fall heute wie ich aktuell meine meisten coins mache ihr seht auch schon sehr viel hat sich verkauft ihr seht auch wir haben aktuell nicht viel münzen weil ich relativ aktuell fast alles in die liste wirklich investiert und selbst freunde da werden wir natürlich darauf eingehen wir sind auch aktuell kurz vor den 22 millionen transfererlös also ich weiß nicht ob bei unseren rekord letzten von letztem jahr knacken da hatte ich 58 millionen das wird schwer das zu knacken wie gesagt wir stehen jetzt bei fast 22 millionen werden ja einen monat so gesehen auszeit wo wir fast gar nichts machen konnten das ist halt das ding die der monat fehlt ganz klar aber natürlich ist minimum ziel wieder richtung 50 millionen am ende zu sein freunde ja und dann zeige ich euch einfach mal die verkäufe es geht heute übrigens über teuer verkaufen freunde ihr werdet sehen ihr braucht sehr sehr viele münzen dafür das muss ich euch sagen also wer hier unter 200k am start ist der sollte diese methode er nicht machen ich sag mal 200k ist schon sehr sehr wenig also wer nicht 200k hat der kann das wirklich vergessen und dann gehen wir jetzt erstmal auf die karten drauf ein die ich verkauft habe ihr seht hier schon das ist sehr sehr viel was ich hier verkauft wir fangen erst mal mit den sachen an die sehr sehr günstig sind das heißt wenn ihr wirklich nur 200k habt geht ihr hier auf die 83er ich habe jetzt hier noch nicht viele verkauft wir werden die ganze liste auch komplett durchgehen ich verkaufe diese 83er ungefähr für 1819 ihr seht ihr für 1819 bis jetzt hier zwei stück weg die könnt ihr für 1314 einkaufen das heißt das pro karte 500 gewinnt das ist nicht so viel ihr seht auch zum beispiel einen brand kostet glaube ich 5000 habe ich für 6600 verkauft wir werden auch ein paar sachen nachkaufen ich habe jetzt halt nicht mehr so viele münzen deswegen wäre wahrscheinlich nur eine karte nachkaufen können aber ihr seht hier ich sage euch kurz was ich bezahlt habe für die karten und was ich gewinn gemacht habe ungefähr also bei kein habe ich ungefähr für 50.000 gekauft er ist auch ein bisschen angestiegen muss man sagen der kostet sowieso jetzt schon 60 also bei dem haben wir ungefähr 10.000 gewinn gemacht bei diesem kein habe ich glaube ich auch so 10.000 gewinn gemacht den habe ich glaube ich so für um die 65 gekauft muss natürlich sagen bei so einem kein für 82 klar sind natürlich schon 4.000 durch steuer ziehe ich den habe ich auch schon einmal nachgekauft werden wir gleich noch drauf stellen ihr seht für 31.500 ist der weggegangen kostet ungefähr 25k auch das ungefähr 5000 gewinn jetzt kommen wir hier zu leckeren gewinn moreno den habe ich immer für 27k gekauft hier noch 5k gewinn aber hier das ist einfach unfassbar das sind fast 20.000 gewinn für diesen moreno ich werde euch aber auch meine liste zeigen freunde wenn ihr euch jetzt wundert oh sind die teuer weggegangen klar aber ich habe von denen bestimmt den auch 20 mal auf der liste paillette auch für um die 60.000 gekauft ging für 68 weg visker für 25 26 geholt parry das hatte ich noch im verein das sind inform den ich einfach mal für 11.000 geholt hatte ihr seht ihr habe ich jetzt für 19.000 verkauft hier noch ein anderer inform für 12.000 noch in forms der ist auch angestiegen muss man sagen ericsson haben da habe ich auch nachgekauft ihr seht für 50.000 weggegangen und hier einmal für 39 kostet ungefähr 35 34 35.000 in signiert für 33.000 habe ich für 24 geholt auch hier fast 10.000 gewinn aspas ist vielleicht noch für die leute so wo mittelbudget haben könnt ihr ungefähr für 10.000 kaufen habe ich jetzt für 13.000 verkauft bail 30.000 weiß gar nicht was bei jetzt kostet wir können mal bail und aspas zum beispiel nachschauen oder auch in senior ihr seht ericsson wie gesagt habe ich eben noch einen nachgekauft ich würde euch dann natürlich empfehlen wenn ihr die jetzt kauf freunde ihr schaut dass ihr die mit einem guten chemistry style direkt holt was natürlich gute chemistry styles ganz klar hunter oder shadow nehmt euch mit hunter mit ihr seht jetzt hier den möchte ich könnte ich jetzt mitnehmen ich habe schon einen den wir gleich noch drauf stellen deswegen werde ich den ericsson jetzt nicht holen wie gesagt ist ein guter preis selbst gesehen auch bei diesem einen für 50.000 das sind über 10.000 gewinn also leichte könnt ihr keine münzen machen natürlich wenn ihr nur so spiele zwischen 20 und 100.000 anbietet ihr braucht zwei drei millionen coins das ist klar ich habe aktuell nicht mal so eine volle liste muss man sagen das ist halt das ding im bail schauen wir mal nach den habe ich für 30 genau verkauft war aber auch ein hunter drauf muss man sagen also bei dem war ein hunter drauf und der kostet glaube ich 20 ich weiß nicht was er mit hunter kostet vielleicht 22 23 aber bail werde ich nachkaufen mein bail werde ich wieder drauf stellen für um die 30 23 werden wir mitnehmen der ist sogar relativ hier mit vielen verträgen ausgestattet den werden wir wieder für 30 ungefähr einstellen ihr seht jetzt ich habe jetzt relativ viel natürlich nicht mehr haben nur noch 13.000 münzen das heißt wir können nicht mehr wirklich noch spieler kaufen ihr seht ihr auch ich habe noch ein ziehe ich gekauft habe ich gekauft für 25 hat gesehen gegen für 31 weg die wenn man natürlich gleich für diese preise einstellen und einen eriksen mit hunter für 35 werde ich auch für um die 50 reinstellen jetzt machen wir erst mal die sachen weg ja ihr habt auch noch gesehen zum beispiel ein julian brandt ihr könnt das mit 84 85 86 karten machen die die noch nicht so viele münzen haben die natürlich mehr coins haben ihr werdet jetzt auch gleich meine liste sehen freunde was da aktuell drauf ist und man muss sagen meine liste kostet wahrscheinlich aktuell 2 millionen ihr seht hier von morenos sehr sehr viele sauls habe ich mir auch viele gegönnt ich weiß nicht was ich bezahlt habe unter 70 also ich möchte pro karte so 10.000 ungefähr gewinn machen dass es sich lohnt bei diesen krassen karten ein chemisch hier noch ein visker ihr seht ihr für 26 habe ich die wahrscheinlich alle gekauft ja 25 26 wie ich gesagt hatte romagnoli noch einen drauf toll ist so also wie gesagt ihr seht hier die karten die ich geholt habe ein trip hier ein dumm freeze harry kane normalen eriksen kann man sehen für wie viel ich geholt habe okay dann haben wir ein bisschen teurer gold 38.000 aber der hat auch ein shadow shadow ist immer teurer kostet die ja 15.000 deswegen 3k mehr ihr seht hier noch ein paar fall chaos die haben ich für 1 4 geholt die gehen nicht so gut weg die fall chaos kruise ging ein bisschen besser weg aber schon ein paar mehr verkauft kruise habe ich auch nicht mehr so oft harry kane in form hier noch mal haben wir geholt für 68 haben wir also auch so für die 68 haben wir den gold ihr habt gesehen da hat sich ja auch der eine verkauft für ich glaube 82 oder 81 ich weiß es nicht mehr genau müsste ich jetzt nachschauen aber jetzt am anfang des videos gesehen auch da haben wir über 10.000 gewinn gemacht bei diesem kane ja und auch den hatten wir mit hunter ihr seht wie gesagt road to the final karten ich bin noch überlegen ob ich noch vielleicht noch ein paar anderen von diesem road to the final kauf bin ich mir noch unsicher ihr seht aktuell keine münzen am start dafür müssten sich erstmal ein paar sachen verkaufen lucas laver habe ich mir auch mal ein mitgenommen für 27.000 mache es hier noch einmal paillettes wie gesagt die paillettes kaufe ich immer so für um die 60.000 rein falls ich jemandem paillettes gehören will laxalt der ist auch schon einmal weg gegangen habe ich halt auch nur einmal ihr seht hier koulibaly noch mal ein ericsson ins hier habe ich hier drauf noch ein paar 83 wie gesagt wenn ihr wenig konzept macht das mit den 83 und jetzt habe ich mir ein paar neuen karten geholt die zeige ich euch heute freunde wie sagt wenn ihr das feiert wenn ihr sehen wollt welche karten ich mir immer neu hole gerne daumen hoch geben dann kann ich das jeden zweiten dritten tag bringen so ein video vielleicht haben da der eine oder andere interesse der sagt ich habe e2 millionen ich weiß nicht welche spieler ich kaufen soll ich mache dann video wenn ihr bock drauf habt freunde zeigt das gerne ihr seht jetzt hier wir haben hier dreimal kavajal ich habe den glaube ich sogar noch ein paar mal mehr geholt hier für ein 14.000 geholt ja der normalpreis freunde vom kavajal ist ungefähr bei 15.000 das heißt ich werde den normalen hier den ich für 14 gekauft habe für fast 18.000 reinstellen weil ja man möchte natürlich einen dicken profit machen bei so karten würde ich allerdings empfehlen nicht zu teuer zu machen weil sonst verkauft ihr die nicht ihr seht aber wir haben hier noch einen blauen kavajal und einen mit shadow die werden wir beide teurer listen wie diesen normalen weil dieser normale ist relativ uninteressant der hier ist blau und mit enka den werden wir für ungefähr 21 listen also also ich werde 19 5 machen und 21 7 5 und den hier werden wir einfach für 23 listen weil wie gesagt der ist mit shadow da möchte natürlich ein bisschen mehr haben das ist natürlich klar freunde wenn die shadow hunter haben sind die interessanter für den markt schaut er einfach dass er immer am besten so kriegt natürlich wenn jetzt sagt ihr holt nur 83 er müsste ich ein 83er mit shadow und hunter holen oder wenn ihr 84er brand und so weiter kauft den bieten wir auf jeden fall auch an den kavajal wie gesagt ja die werden sich früher oder später verkaufen wir haben jetzt noch hier ein pack das werden wir auch noch aufmachen das habe ich habe noch so eins von diesen besser gesagt ja eins von diesen 81 plus abgeschlossen wie sagt den bail haben wir verkauft für 30.000 den werden wir jetzt auch wieder ungefähr für den preis listen ich mache das meistens immer so wenn ich ein spieler für den preis verkauft habe stelle ich für den für denselben preis wieder rein ungefähr also ich würde euch empfehlen merkt euch einfach den preis für wieviel ihr ungefähr verkauft habt und dann einfach für den preis rein stellen wie sagt eriksen hatte ich jetzt einmal für 39 verkaufen einmal für 50 also deswegen stelle ich immer sozusagen zwischen rein ziehe schatten wir für 31 verkauft also ihr seht hier auch wie gesagt beim ziehe sind es ungefähr 5000 gewinnen ziehe ich auch eine interessante karte ja die koreo hier packen wir mal noch in den verein dann würde ich sagen ziehen wir mal das pack und dann gehen wir noch auf die karten drauf ein die ich noch hier gekauft haben ihr seht ich habe hier noch zehn karten gekauft die werden wir auch noch rein stellen aber erst schauen wir uns mal an was aus dem pack raus kommt freunde ob die gönnen oder nicht ja ich schreib gerne rein was ihr auch aus diesen packs als bestes gezogen habt ja dann hätte man nicht reinschneiden müssen dieses pack relevant wie gesagt macht diese packs besser nicht kosten 7000 für einen tyson den ich wahrscheinlich eh schon doppelt ab ne immerhin nicht tyson ja dann kann man für 1 1 kann dann noch irgendwas drauf stellen es ist nicht die welt aber besser wie nix wie gesagt ihr könnt auch mit zu 82 euro liste für den hauptsache die liste ist immer voll freunde das ist wichtig ihr seht ich habe kriegt die liste ist nicht ganz voll wird natürlich noch irgendwas drauf stellen paar silberspieler dies dass ihr habt natürlich die möglichkeit da auch zu variieren wenn ihr jetzt sagt ihr wollt jetzt nicht so viel einkaufen ihr seht was haben wir eingekauft ich gehe kurz durch und sage immer warum ich dieser spieler eingekauft hat koulibaly fand ich sehr sehr günstig ihr seht da ist jetzt auch ein hunter drauf ist bei dem relativ egal aber fand ich einen relativ guten preis für 60.000 dann habe ich mir sancho geholt weil ich die karte mega interessant finde der künstler wieder in inform bekommen aber ich finde die karte trotzdem interessant für diese 30 und 29 5 ok hummels habe ich mal mitgenommen für 24.000 ist einfach so high rated kann man ein bisschen üv drauf stellen werde ich wahrscheinlich so für die 31 32.000 drauf stellen hier noch mal einen blauen kavajal marquinhos und dreimal aspas noch mal nachgekauft ihr seht aspas haben wir für 13.000 verkauft haben wir problemlos für 10.000 bekommen werden die auch für 10.000 erbieten können hier ist jetzt keiner zum bieten aber wenn wir einen sehen werden wahrscheinlich sehen dass noch keine 10.000 drauf geboren ist oder maximal 10.000 also wie gesagt den könnt ihr easy für 10.000 erbieten schauen wir mal da kommt aber keine wie gesagt aspas einfach erbieten für 10.000 und hier noch mal ein kane geholt für 58 wie gesagt der ist gestiegen wenn man natürlich diesmal auch teurer listen ganz klar ich glaube sonst haben wir nichts geholt nein die karten wenn wir natürlich noch alle gemeinsam reinstellen freunde wie gesagt schreibt gerne rein ob ihr das sehen wollt wie ich diese karten rein stelle oder nicht wie gesagt das ist immer bauchgefühl bei mir wie für wie viel ich die rein stelle ist jetzt nicht dass ich da irgendwas in taschenrechner ein tipp und die dann rein stelle also wie gesagt das immer bauchgefühl wenn ich natürlich jetzt den aspas hier für 13 verkauft habe werde ich natürlich die anderen auch ungefähr für diese preise einstellen wir werden erst mal die ganzen aspas rein stellen wichtig ist auch dass ihr diese wenn ihr das macht dass sie das so oft wie möglich am tag anbietet mindestens sieben acht mal eher sogar mehrmals 10 12 mal umso besser also umso öfter sie anbietet umso höher ist die wahrscheinlichkeit natürlich dass ihr was verkauft freuen das ist natürlich ganz klar wenn ihr jetzt nur einmal am tag anbietet ist die chance sehr gering dass auch mal nichts weg geht es gibt auch mal eine stunde wo keine karte weg geht aber wenn natürlich eine karte weg geht direkt im 10k gewinn in eure tisch oder wenn ihr natürlich in etwas kleineren spieler ab wie den kavajal jetzt hier zum beispiel auch mal 5k aber schmeckt trotzdem also kann man trotzdem easy mitnehmen denn wenn wir für 19 listen wie gesagt der ist wieder blau hummels habe ich so um die 30 wie gesagt dass wir da um die 30 machen ihr könnt auch immer bei sofort kaufen ohne zum bieten ein bisschen variieren dass die leute vielleicht denken oh der kostet jetzt nur 28 bietet ich meist vielleicht ein schnapper könnt ihr auch machen dass er da ein paar k unterschied macht marquinhos haben jetzt für 57k gekauft ihr seht er hat jetzt nur eine price wenn ich bis wie viel hatte der 95 das ist jetzt nicht das beste muss man sagen der marquinhos wir werden den für ungefähr also 10.000 mehr rein stellen erstmal zum natürlich zu bieten und dann sofort kaufen noch ein bisschen teurer dass wenn wir da mit den gebühren mit zu 10k gewinn machen wie gesagt das ist immer so das ziel von mir pro special karte ungefähr 10k zu machen natürlich ist es nicht bei jeder karte möglich aber wie gesagt wenn es mit vielen macht ist es schon durchaus möglich muss man sagen kein aber jetzt für 58 verkauft ihr habt gesehen den hatte ich für ich glaube 63 und halb verkauft den werden wir jetzt hier deutlich teurer listen also wir haben auch diesmal 8 kam her bezahlt deswegen werden wir den für haben wenn wir schon 75 zwischen halb nehmen und hier 72 machen wir einfach rein cool die bali haben wir für 60.000 bekommen wenn wir auch ein bisschen teurer rein stellen wie gesagt ihr müsst euch überlegen pro bei ab 20 pro 20.000 coins karte wo ihr habt sind das ungefähr immer als es immer ungefähr 1000 das heißt wenn ihr einen cool die bali für 60.000 anbietet kriegt den nur 57.000 weil 3000 wie er natürlich dafür bekommt deswegen cool die bali wenn wir auch so ein bisschen über 70 anbieten gesagt hat noch ein hunter drauf relativ interessante karte sieht nicht schlecht aus die karte ja jetzt haben wir hier noch zwei mal den sancho wie gesagt die muss auch weg bekommen bevor natürlich das neue ttw kommt weil da könnte der ein bisschen einbrechen kann natürlich immer sein dass die dann karten dann ein bisschen einbrechen deswegen werde ich stehen bis billiger reinstellen für 36 und den anderen wenn wir auch so für 35 reicht der ungefähr wohl denkt man ein bisschen teurer für den haben wir mehr bezahlt war für den 37 wie gesagt wenn ihr sagt ich brauche die coins ich könnte die karten immer ein bisschen billiger natürlich dann rein stellen nach einer zeit das könnt ihr natürlich machen freunde wie gesagt wir gehen mal kurz die liste durch aber ihr habt in der in der regel eigentlich alles gesehen wie gesagt hauptsächlich habe ich morenos es wird wahrscheinlich auch noch mal ein video kommen wo ich sage welche headliners mal von den anderen investieren kann aber ich glaube die amoreno sollte immer noch relativ sympathischen preis haben für 27.000 wenn ja könnt ihr ihn für den preis kaufen sollte gestiegen sein würde ich nicht mehr kaufen wie sagt 27.000 vollkommen in ordnung und dann würde ich sagen wer ist das mit diesem video gewiss wenn ihr dazu fragen habt schreibt sehr gerne in die kommentare ich würde auf alles eingehen und dann würde ich sagen wünsche ich euch einen schönen tag freunde gebt mir sehr gerne daumen hoch bis die tage meine freunde